Musik Die besten deutschen Standardpaare zu Gast beim SC Siemenstadt. Der Berliner Traditionsverein hatte in diesem Jahr die Ehre, die deutschen Meisterschaften im Standardtanz auszurichten. Nach 2002 freuen wir uns wieder einmal Gastgeber sein zu dürfen. Und ja, es werden auch die deutschen Starter für die Weltmeisterschaft ermittelt, die Ende November in Vilnius stattfindet. Nachdem sich die Paare am Samstagnachmittag noch in den Vorrunden beweisen mussten, ging es am Abend dann ums Ganze. Die besten 24 Paare traten nun in den Finalrunden an. Die Publikumslieblinge waren heute erwartungsgemäß das Berliner Paar Tarolin und Martin Schmiel vom Ascania TSC Berlin. Sie sind die amtierenden Berliner Meister und waren heute die aussichtsreichesten Kandidaten aus der Hauptstadt. Getanzt wurde jeweils der langsame Walzer, der Tango, der Wiener Walzer, Slow Foxtrot und Quickstep. Und das Ganze unter genauer Beobachtung der Punktrichter. Für Carolin und Martin Schmiel reichte es im Halbfinale ganz knapp nicht für den Einzug in das große Finale. Mit dem Anschlussplatz sind die beiden trotzdem sehr zufrieden und wurden darüber hinaus vom Publikum zum sympathischsten Paar des Abends gelegt. Einfach ein super Ergebnis, auch wenn es jetzt quasi nur der Anschlussplatz ans Finale war mit dem siebten Platz. Aber es ist einfach toll, weil die Konkurrenz hoch ist und wir sind super glücklich. Die Konkurrenz war heute in der Tat sehr stark. In der Finalrunde konnte das klar favorisierte Paar Violetta Posmit Naja und Thomas Feinsiel die Jury dann auch von sich überzeugen. Die gebürtigen Litauer siegten eindeutig und konnten sich somit über ihren ersten deutschen Meistertitel und die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in ihrer Heimat Litauen freuen. Das litauische Siegerpaar mit deutschen Wurzeln tritt erst seit Juli 2017 für Deutschland an. Beide haben den Großteil ihres Lebens in ihrer Heimat verbracht und sich dort auch kennengelernt. Die WM in Vilnius sollte daher eine Art Heimspiel werden.